Morgen Leute, ich habe heute mal ein Let's Play Quiz-Duell für euch. Gegen Marlene, Biba Beluna 2 und Guetu. Ich fange an mit der Herausforderung von Guetu. Sport und Freizeit Aus welchem Land stammt der Kampfsport Muay Thai? Bei welchem NBA-Team begann Basketballstar Allen Iverson seine Profikarriere? Wie wird die Taktik in der NBA genannt, bei der absichtlich Shaquille O'Neal gefoult wurde, um seine Schwäche bei Freiwürfen auszunutzen? Jetzt, jetzt Biba Beluna 2. Er ist der Verfasser der Rabbit-Reihe und schrieb außerdem Ehepaare oder die Hexen von Eastwick. Wer ist gemeint? Bücher und Wörter. Wer schrieb den Roman Berlin Alexanderplatz 1929? Wer schrieb die Wanderungen durch die Mark Brandenburg? Draußen im Grünen. Auf welchem der folgenden Kontinente gibt es keine freilebenden Elche? Welche Hunderasse ist für ihr Dreadlock ähnliches Fell bekannt? Welcher Fisch ist der größte Fisch der Gegenwart? Jetzt noch Marlene und dann sind wir fertig für den Moment. In welchem Land findet man die blaue Wüste? Wo hat Österreich einen Zugang zum Mittelmeer? Welches Land gehört nicht zu den La Plata-Staaten? So, und das war's jetzt mal wieder für den Moment. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss Leute.